Ach, was für ein schöner Morgen. So ein schöner Sonntagmorgen und ich gehe hier so spazieren und denke so, ach man, jetzt eine Folge The Hunter Call of the Wild, vielleicht so eine Folge Tagebuchformat. Naja, was sehe ich da? Da liegt ein Streifen-Gnu. Ja, ich habe es nochmal erledigt, nachdem ich kurz gekocht habe und was gegessen habe und jetzt liegt hier das Streifen-Gnu und gucken uns das Ganze mal an. Oh, ein goldenes. Oh, was für ein wunderschönes Tier. Ich habe es erledigt. Endlich erledigt hier. So, damit ist es jetzt. Neue Stufe Verhaltensbeobachtung. So, was haben wir hier? Hier ist eine einfache Aufgabe, ganz ohne Blutvergießen. Ich dokumentiere das Herdenverhalten von Gnuss. Wie Biologen hier vor Ort kannst du ein Foto von einem Gnuss schießen. Ich breche ab. Nach dem Gnuss ist vor dem Gnuss. Naja, es gibt noch viele Blutvergießen in Vahonga. Seitdem du sie verstanden hast, wie du sie kennengelernt hast, würde du mir ein Wunsch schießen? Ich habe eine Biologische Freundin, die interessiert in dokumentieren diese Herdenverhalten. Und sie hat eine Foto von einem Blutvergießen auf der Reserve gebeten. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschö, tschö.